Heute im Livestream ging es in die Wohonga, also wir haben uns hier auf der Afrika-Map das erste Mal die ersten Spots angeschaut, die ersten Tiere geschossen und ich bin immer noch auf der Suche nach Warzenschwein. Ja, mittlerweile habe ich einiges an Strecke schon zurückgelegt, also eine ziemlich gerade Linie vom Start sozusagen angefangen, hier mich so ein bisschen Stück für Stück weiter vorgearbeitet, der Wind hat auch immer gut mitgespielt und jetzt geht es hier schnurstracks nach oben bis in den hohen Norden. Hören wir mal eben kurz, was da ist, irgendwas hat da glaube ich gefaucht oder geschnaubt, vielleicht ist es noch ein kleiner Kudu, habe ich noch nicht und ich glaube, die kriege ich auch nicht, denn ich habe nicht die passenden Gewehre dabei. Von drei bis neun bin ich gerade unterwegs. Ist da was im Dunklen? Ne, ne? Ne. Also, ich laufe noch ein Stückchen weiter, einfach straight up nach Norden, dann habe ich einmal die Map quasi von, naja, nicht ganz, fast von Süd bis nach Nord einmal durchquert und dann kann man eben von da aus auf, ja, spezielle Gebiete besser aufbrechen und hat dann immer die möglichen... Warzenschweine. Da, 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 da sind sie, gerade gespawnt oder was? 380 Meter, Warzenschwein, ja, exakt, da sind sie. Okay, markiert, da sind sie, laufen weiter nach oben und ich gehe langsam rein und im Bereich von ungefähr 200 Meter nochmal mehr in Deckung, leise vorwärts. Okay, hier haben wir schon die ersten Spuren, ich bin allerdings noch, ja, 200 Meter entfernt, kleines Kodo-Bedürfnisgebiet, auch nicht verkehrt, aber da gehen wir mal ein anderes Mal gezielt drauf, die sind ja auch häufig am Wasser anzutreffen. Oh, erste Spur vom Kaffernbüffel, männlich, 800 bis zu 800 Kilo, oha, die, ja, die würde ich auch mitnehmen. Passende Munition hätte ich dabei, wurde mächtig ausgestattet und da hinten war die Markierung. Ich versuche hier oben auf den Berg hochzukommen, also nicht unten entlang, sondern die Kurve oben drüber, damit ich dann vom Berg aus runter gucken kann. Okay, genau, also hier jetzt lang und dann da oben auf diesen Hügel, denn die sind ja hier in dem Bereich, sind ja rumgelaufen und müssten demzufolge irgendwo hier, hier ist ja der Hügel oben, beziehungsweise hier ist der Hügel, ne, ich gucke ja gerade schon genau in die Richtung, die werden dann irgendwo hier so herumlaufen sein, gucken wir mal, ich hoffe, ich hole die noch ein. Kann man mal machen, kleiner Kodo, Alter, du bist ja drauf, joggt der hier einfach an mir vorbei und noch einer. Aber die haben alle Glück, wobei, die sind auf Waffenklasse 4, könnte ich auch mitnehmen, ab 4, habe ich doch alles dabei, oder? 3 bis 8 und 7 bis 9, aber da ich jetzt hier so viel Strecke gemacht habe, um den ollen Warzenschwein zu folgen, will ich das natürlich nicht versauen, mit dem ollen kleinen Kodo. Und ein Kodo habe ich auch schon, naja, wenn mich nicht alles täuscht, ein besonderes in der Lodge, also in der Trophyhalle sozusagen. Oh mein Gott, das sind sie. Oh, es hat sich gelohnt. Und ich suche hier gerade noch den gesamten Kamm, den Bergrücken ab und denke mir, na, vielleicht doch hier nochmal in Richtung Wasser. Und das müssen sie doch sein. Ja, das sind sie. Wie, perfekt. Ein Dreier, ein Dreier, ein Einser, noch ein Dreier, noch ein Dreier. Oh Mann, haben die mich in die Irre geführt. Wahnsinn. Über die Straße, links, rechts, die Spuren waren wild. Sehr, sehr wild. Und jetzt, endlich, die Wildschweine, erster Kontakt mit einem Trinkgebiet bis 18 Uhr. Und das ist nicht mehr lange hin, Viertelstunde noch. Was sagt die Entfernung? Die sagt knapp 200 Meter. Das heißt, ich gehe nochmal ein bisschen schneller. Damit ich hier noch ein bisschen Zeit habe, das Ganze mir im Detail nochmal anzuschauen. Machen wir noch eben die Markierung dahin. Und vielleicht ist ja hier auf der linken Seite auch noch was. Denn eigentlich fehlt mir nochmal so ein richtig großes. Werden die nicht noch größer, die Warzenschweine? Ist drei das Maximum? Da geht auch noch mehr. Also nochmal schnell hier die linke Seite auch nochmal abscannen. Die waren immer mal wieder auch Kodus. Ich habe jetzt mehrere Kodus hier verscheucht. Wahrscheinlich ist es auch einfach eine andere Gang. Aber eigentlich ist es mir ziemlich egal. Denn ich habe Warzenschweine gesucht und ich habe sie gefunden. Also es hat sich gelohnt, die lange Pirsch sozusagen jetzt bloß noch den richtigen Winkel hinkriegen. Den richtigen Abstand natürlich auch noch, dass ich die passend auch noch schießen kann. Und natürlich das passende, das Größte der Rauskriege von den Warzenschweinen. Vielleicht sogar noch was Besonderes. Gucken wir auch gleich mal. So, hier ist natürlich nochmal ein bisschen getarnt. Theoretisch könnte ich auch anloggen. Ja, aus der Tarnung hier heraus. Mit dem Caller. Wäre natürlich nochmal eine Option. Denn hier an der Straße bin ich natürlich absolut offen. Da drüben sollte es wiederum gehen. Aber ich gehe trotzdem rüber und gehe dann am Gras entlang sozusagen. Ich hoffe, die sind da noch von der Zeit her. 100 Meter Entfernung. Aber jetzt langsamer werden auf jeden Fall wieder. Ich bin ja immer noch Low Level. Mit Level 14 jetzt glaube ich noch nicht alles geskillt. Also mir fehlen noch jede Menge Skillpunkte. Auch das, was einen natürlich noch leise macht. Und ja, weniger auffällig. So was fehlt mir alles noch. So, jetzt hier diese halbe Kurve. Und dann hoffentlich perfekte Sicht. Um die 50 Meter. Das passt doch schon. Und dann das richtige Warzenschwein raussuchen. Sind sie noch da? Da sind sie noch. Oh. Okay, ich muss trotzdem, ich muss weiter. Hier ein Dreier wäre es, ne? Dreier wäre eine Möglichkeit. Ich sehe sie von hier aus nicht. Was sagt die Uhrzeit? Jetzt haben wir 18 Uhr durch. Theoretisch geht sie jetzt für die Warzenschweine gleich weiter. Und sie hören auf, hier zu trinken. Okay, schlechte Position. Schlechte Position. 70 Meter noch. Ich bin gespannt, ob das, ob das klappt. Ich hoffe nicht, dass ich sie gleich verscheuche. Absolut unsichtbar. Nicht absolut lautlos. 60 Meter. Ich glaube, da vorne sehe ich schon Spuren durch. Genau. Habe ich jetzt hier eine Möglichkeit, irgendwas zu sichten? Nichts. Ach komm. Drei. Drei. Sehr ruhig. 50 Meter. Das nehme ich jetzt direkt mit. Nehme ich direkt mit, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und sie greifen an. Oh mein Gott. Okay, renn. Okay, renn einfach weg. Oh, die ersten Warzenschweine. Hui. Okay. Erste, was mich, okay. Direkt Schädel. Vier. Weiblich. Dunkel. Ja, sehr cool. Sehr wild. Aber Trophäe beschädigt. Leider. Natürlich schlecht, weil direkt Headshot durchs Hirn. Hat aber auch gut gestoppt, würde ich sagen. Ah. Mann, 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 die Warzenschweine, ey. Ich suche ein paar coole Warzenschweine. Ich suche ein paar coole Warzenschweine. Vielleicht ist das hier die Warzenschwein-Area. Das wäre natürlich der Oberhammer. Und passenderweise habe ich ja jetzt hier die letzte, die letzte, ähm, den letzten Startpunkt sozusagen. Das heißt, ich kann von hier aus, ganz oben im Norden, die gesamte Area hier schön absuchen. Ich werde hier die nächsten, ähm, Häuser sozusagen, die Zeltplätze auch noch mitnehmen. So, was haben wir hier? Das war der erste Silberwertung. Auch jetzt nicht so gigantisch. Aber, fies, wütend, fette, richtig fette Zähne hier, richtig fette Hauer. Männlich, grau. Ja, große Stoßzähne. Nicht so schlecht. Tausend an Geld. 100% effizient, denn durch beide Lungenflügel durch. Richtig schön. Und das mit der Moradi. Denn, äh, die Moradi, jetzt frisch erstmal geholt, frisch im Einsatz und, äh, frisch getestet, den Ballermann. Das Ding haut schon richtig gut rein. Und ich bin noch mit der Normalmunition hier unterwegs. Ihr seht es unten an der Aufpilzung. 70er Aufpilzung. Das Ding haut einfach mächtige Löcher rein. Und hat trotz allem noch, gerade für die kleineren Tiere, wenn man hier jetzt im Bereich ist, 3, 4, 5 vielleicht, haut das noch richtig gut auch in der Tiefe rein. Das heißt, man ist immer noch in den Organen gut drinne. Und hat dementsprechend große Löcher. Bam! Mächtiges Teil. Ähm, ja. Ja, die andere Munition kann ich noch nicht. Dafür fehlen mir noch ein paar Skillpoints in den Pistolenskills. Sobald ich die habe, werde ich natürlich auch die verwenden. Aber wie gerade schon gesagt, auch damit jetzt hier mit dieser Normalmunition mit der großen Aufpilzung klappt das schon richtig gut. So, es ist dunkel. Ich mache mich jetzt auf die Socken. Ich laufe jetzt hier noch ein bisschen am Wasser entlang. So viel aber dazu. Endlich die ersten Schweine hier geschossen mit dem neuen. Und da hinten sind schon direkt die nächsten, oder? Sollen wir die noch mitnehmen? Komm, die nehmen wir noch mit. Der Wind steht gut. Ich bretere noch mal schnell hin und wir gucken, was da steht. Und das nächste. Da gerade schon über einen Spot gelaufen. Und das quasi jetzt der nächste Spot trinkend. Und wieder eine andere Uhrzeit. Also jetzt hier gerade eine Uhrzeit. 15 bis 18 Uhr. Hier auch 15 bis 18 Uhr. Haben wir hier vielleicht noch einen Nachzügler. Auf knapp 250 Meter jetzt. Kann das sein? 190. Na, nicht ganz. Da muss ich noch mal ein bisschen besser rein aimen. Ja, so passt es. 170 Meter. Werde ich aber auch versuchen mit der Moradi. Auf 150 ist ja da das Scope maximal einstellbar. Und da gehen wir jetzt auch noch mal drauf. Scope machen wir drauf. 150 Meter. Und dann geben wir. Auch noch mal ein bisschen Luft holen. Und. Nach. Ist das der Hammer? Oder ist das der Hammer? Es ist einfach ein Hammer. Baller, Mann. Ja, also die Area hier werde ich auf jeden Fall mehrfach noch absuchen. Alleine wegen der Trinkspots. Hier muss ich dann natürlich schauen, dass ich mir vielleicht hier im angrenzenden Waldstück nochmal einen Spot aufrichte. Dass ich hier ein Zelt habe. Dass ich dann einen Hochsitz habe. Um eben nicht so viel Jagddruck hier zu erzeugen. Damit ich eben auch in Zukunft hier noch ein bisschen mehr was schießen kann. Also. Auch da wieder alles gut getroffen. 38. Ja, ich sag mal normal gut. Silberwertung. 100% effizient. Denn vorne getroffen. Beide Lungenflügel. Sofort. Und ja. Sofortende. Quasi. Am Anschuss. Direkt hingefallen. So gehört sich das. Gar nicht lange. Gewackelt und weggerannt. Kratsching. Abgefahren. Ja, ganz, ganz, ganz wilde Area hier. Für die Warzenschweine. Absolut effektiv. Jetzt trotz allem nochmal ein bisschen weiter hier die Area abklappern. Das ganze Stückchen hier ablaufen. Und mal gucken, was da noch geht. Vielleicht gibt es ja auch hier noch die Kaffernbüffel. Wäre auch noch interessant. Aber ich laufe jetzt hier erstmal ein Stückchen weiter. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren. Gefällt mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Oder mal im Livestream. Auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube. Immer ab 19 Uhr. Bis dahin. 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 Bis zum nächsten Mal.